Hallo Leute, heute wird es um das Konzept der Non-Dualität gehen, also die Nichtzweiheit oder auch Ungetrenntheit. An sich gibt es jedoch keine einzeln korrekte Beschreibung für dieses Religionsphänomen, nur diverse Konzepte, die von den Gründern selbst oder später von Außenstehenden als Non-Dualität beschrieben werden bzw. unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Ich werde nicht auf alle Non-Dualitätsformen eingehen, nur die wichtigsten hier wären zu nennen die Non-Dualität des Substanzglaubens bzw. Pantheismus, die Non-Dualität im Advaita Vedanta, die Non-Dualität in der modernen Satsang-Szene und die Non-Dualität in der Mystik. Alle Themen überschneiden sich auch so ein bisschen. In manchen Non-Dualen Strömungen des Pantheismus wird behauptet, der Welt liege eine Substanz zugrunde oder alles sei in Wahrheit diese Substanz und diese Substanz sei Gott. Modernisiert wird hier gerne anstatt des altindischen Begriffs Brahman, der ursprünglich nur priesterliches Wirken oder Wort bedeutete, jedoch mit den Upanishaden zu einer Ursubstanz umgedeutet wurde, der Begriff Energie verwendet. Alles sei, so laut den Anhängern des modernen Non-Dualismus, aus Energie bzw. Gott. Gott ist Energie und Anfang von allem. Physikalisch ist Energie aber lediglich eine Größe, die sich in Maßeinheiten, z.B. Kilowattstunden, ausdrücken lässt. Energie in Reinform wurde niemals gemessen, Energie ist als Substanz nicht belegt. Es gibt also keine Energie per se, so wie es etwa die Elemente des Periodensystems gibt oder Atome oder ein Elektron. Das wäre so jetzt, als würde ich behaupten, alles sei aus Zentimetern, weil ich ja alles, sogar Temperatur an der Messlatte eines Thermometers, in Zentimetern ausdrücken könnte. Kurz gesagt, esoterischer Humbug. Mystiker behaupten also nun, sie seien eins mit dieser Substanz geworden, sofern sie diesem Substanzglauben anhängen. Hier stellen sich gleich mehrere Fragen. Erstens, wenn alles aus Gott besteht, wie kann dann jemand noch zusätzlich eins mit Gott werden? Macht keinen Sinn. Zweitens, wenn diese Mystiker eins mit allem, dem gesamten Universum oder was darüber hinaus existieren könnte, waren, warum können sie uns dann nichts darüber erzählen? Sie hätten praktisch nützliche Erkenntnisse für die Menschheit mit dieser Erfahrung sammeln müssen, hat aber kein einziger dieser Mystiker, wie es scheint. Keine einzige wissenschaftliche Erkenntnis hat ihren Ursprung in der Mystik. Alle fußen in der Regel auf Beobachtungen, mögen sie bewusst durch Experimente herbeigeführt worden sein oder zufällig. Wenn diese Mystiker auch noch zu Lebzeiten eins mit allem wären, dann würden sie stets Auskunft über alle Orte der Erde, Gedanken und Gefühle von allen Personen geben können, ja gar überall im Universum schauen können, was los ist. Können diese Menschen, die dies behaupten, jedoch nicht. Im Großen und Ganzen kommen wir also zu der Schlussfolgerung, dass es sich dabei entweder um Lügen zur Erhöhung der eigenen Person, Fehlschlüsse oder unreflektierte Einbildung handeln muss. Im Advaita Vedanta wird gar behauptet, die wahre Natur von allem sei formlos durch die Attribute Satchitananda, also sein Bewusstsein und Glückseligkeit konstruiert. Dass die Natur von allem nicht Glückseligkeit sein kann, sehen wir daran, dass die meisten bewussten Lebewesen auf diesem Planeten leiden. Das Bewusstsein, das diese Qualitäten hätte, müsste also verborgen und getrennt dual von dieser Welt liegen, wenn es existieren würde. Doch wie können wir überhaupt Bewusstsein feststellen, also nachweisen bzw. belegen? Dazu können wir uns definitiv auf die Medizin verlassen. Diese musste nämlich in den letzten 100 Jahren all ihre Anästhetika auf der Basis von belegbarem Bewusstsein entwickeln. Auch die Traum- und Hirnforschung weist uns zum guten Belegen von Bewusstsein über technische Aufzeichnungsmethoden wie EEG oder MRT. Könnte man heute Bewusstsein nicht nachweisen, wäre es nahezu unmöglich, wirksame Anästhetika zu entwickeln und korrekt zu dosieren. Im Alltag können wir Bewusstsein ganz einfach feststellen, indem wir einer Entität einen Reiz senden, z.B. einen schlafenden Antiken oder eine verbale Äußerung auf ein Tier anwenden, um seine Bewusstheit festzustellen. Objekte wie Steine, Holzflöcke oder Landschaften wie Berge und Wälder reagieren nicht auf Signale und haben auch kein Nervensystem, das ein Bewusstsein beherbergen könnte. Ihr könnt einem Felsbrocken nicht sagen, dass er bitte nicht auf euch herunterrollen soll. Er hat kein Nervensystem und keine Fähigkeiten zu reagieren, somit auch kein Bewusstsein, denn Bewusstsein ist immer reaktiv und beobachtend. Auch tote Teile von Lebewesen können auf Reize reagieren, wie im Galvanismus schon vor über 200 Jahren nachgewiesen wurde. Diese Reaktionen sind jedoch stets gleich und entsprechen nicht den Reaktionen von komplexen Bewusstsein. Die Ausdehnung eines menschlichen Bewusstseins auf Objekte oder Landschaften, gar Planeten und Galaxien, ohne dass diese über ein mit ihm verbundenes Nervensystem verfügen, ist kurz gesagt Hanebüchen. In der modernen Satsang-Szene wird Nondualität oft einfach als eine philosophische Grundhaltung oder Lebensphilosophie verstanden. Eigentlich gäbe es ohne die Vorstellung von einem isolierten Ich gar kein Ich. Das heißt, im Laufe des Lebens würde jedem Menschen durch Indoktrination die fehlerhafte Vorstellung eines Ichs, auch oft als Ego bezeichnet, aufgedrückt werden. Andere esoterische Lehren sprechen von einem dämonischen Wesen, das den Astralkörper des Menschen ab einem gewissen Alter besetzen würde und sich durch Umstrukturierung des menschlichen Nervensystems von den negativen Emotionen, die durch das Ego bzw. Ich erzeugt werden, ernähren würde. Um diesen Parasiten loszuwerden, müsse man eben viel meditieren, non-duale Erfahrungen machen, Askese, also Verzicht am weltlichen Üben usw. Diese Konzepte werden im Rahmen der Mystik auch manchmal mit dem Fall aus dem Paradies und der Ursünde verglichen. Der Mensch wird sich selbst bewusst, dass er nackt ist, männlich oder weiblich, allein in einer feindlichen Welt, weil er sich vom Teufel zu einer falschen Erkenntnis verführen lassen hat. Diese Lüge ist die isolierte Ich-Existenz, das Ego, der Trick des Teufels. Ziel der spirituellen Praxis solcher Mystiker ist die innerliche Alchemie, die Zerstörung, Schrägstrich Transformation des Egos und die Wiederkehr zu Gott. Dies wird in der modernen Magie auch von manchen der Fahrt zur rechten Hand genannt und ist an sich mit allen großen Weltreligionen wie Christentum, Islam, Judentum und dem modernen Hinduismus kompatibel, die alle eine Individualismus und ich-feindliche Theologie betreiben. Mystische Erfahrungen werden von den Praktizierenden meist als Lichterfahrung, Einheit mit Gott, dem Universum, universeller Liebe oder Heimkehr beschrieben, oft auch ähnlich wie Nahtoderfahrungen oder einzelne Inhalte, die bei diesen vorkommen können. Diese Erfahrungen bleiben jedoch nicht und die Personen verlassen diesen außergewöhnlichen Zustand in der Regel wieder recht schnell, meist schon nach wenigen Sekunden. Danach treten oft Zustände auf, die in der Psychiatrie als Depersonalisierung bekannt sind. Das Gefühl, nur ein Beobachter des eigenen Lebens zu sein, das einzige existierende Bewusstsein zu sein oder stets von einem Beobachter umgeben zu sein. Diese Zustände können einem Messias-Komplex gipfeln und sind schon oft im Rahmen von schizophrenen Erkrankungen dokumentiert worden. Religionsschulen des Pfades zur rechten Hand, die in der Regel monotheistisch oder pantheistisch ausgerechtet sind, interpretieren diese mystischen Erfahrungen als Einheit mit Gott, während in linksfadigen, also modernen satanischen Kulten diese Erfahrung als Einheit mit dem eigenen Ich betrachtet wird. Ich persönlich denke, dass dies die wissenschaftlich am besten zutreffendste Interpretation ist, denn wie ich zuvor ausgeführt habe, gibt es keine Belege dafür, dass der Mensch sich im Moment der mystischen Erfahrung mit etwas anderem vereinen würde, als mit seinen selten genutzten Strukturen seines eigenen Nervensystems, eine innere Hochzeit sozusagen. Eine Interpretation als Fehlnutzung oder Durchknallen der Sicherungen ist aufgrund der oft fatalen Folgen für die Persönlichkeit ebenfalls angebracht. Es gibt aber auch hier eine theistische Auslagerung in manchen Strömen des Pfades zur linken Hand, in dem die mystische Erfahrung mit dem Fürsten der Finsternis, also zum Beispiel Satan oder Seed assoziiert wird. Man könnte es auch innere Sonne nennen, und da es definitiv als Licht erscheinen kann, ist auch eine Assoziation mit Luzifer möglich. In magischen Faden, links wie rechts, ist jener Schule auch eine Assoziation mit dem höheren Selbst- oder Schutzengel denkbar. Auch wird in manchen linksfadigen Schulen eine Unterscheidung zwischen Ego und warum ich schrägstrich selbst angenommen. Teilweise findet nicht selten heute eine Vermischung beider Konzepte von links- und rechtsfadiger Magie statt. Was die geistige Gesundheit angeht, ist hier der moderne Adept zu linken definitiv im Vorteil, da er höchstwahrscheinlich gelehrt bekommen hat, dass er sich mit sich selbst vereinigt und quasi alles, was aus dieser Erfahrung resultiert, aus seinem Mist gewachsen ist, während der Adept zu rechten nun glaubt, von Gott geleitet zu werden. Letzteres hat deutlich mehr Warnpotenzial, würde ich mal behaupten. Kehren wir nun zum Anfang dieses Beitrags zurück und nehmen an, Energie würde mittels Teilchenbeschleuniger oder eines anderen physikalischen Gerätes als Substanz nachgewiesen werden. Selbst dann hieße das nicht, dass Energie intelligent wäre und ein Schöpfergott. Es hieße lediglich, dass Bewusstsein aus nichtbewusster Energie in Form eines Nervensystems emergieren kann. In diesem Fall wäre Bewusstsein eben bewusste Materie, also Leid wäre ein Zustand der Materie, da sie als Bewusstsein emergiert und so leidfähig wird. In diesem Fall könnte man das Bewusstsein als ein Kind der Materie sehen, das Verantwortung für seine unbewusste, ohnmächtige Mutter übernehmen muss. Ein ethisches Verhalten wäre hier aber völlig umgekehrt. Die Mutter bzw. der Vater Gott ist unbewusst und unfähig. Erst durch das Kind, durch uns, das Bewusstsein in den Menschen, kann Materie überhaupt ethisch handeln. Gott ist demnach unfähig und erst zu ethischem Handeln durch seine Kinder fähig, die Leid begreifen können. Wer Materie aus Bewusstsein entsprungen sieht, kann hier die Materie als sein eigenes Kind betrachten und sogar die Welt als unfähiges, unethisches Kind, das erst durch die Anwesenheit von Bewusstsein in der Materie, durch Liebe und Fürsorge zu einem ethischen Wesen erzogen werden kann. Eine völlig andere Philosophie als die Unterwerfung unter einem Gott. Ich möchte aber auch noch einmal in die moderne Art Weiter- und Satsang-Szene zurückkehren. Eine gewisse Tendenz, die ich in letzter Zeit immer mehr beobachte, ist eine Kombination aus Monotheismus, Nietzsches Amorvati und Stoizismus, die ebenfalls dieser Szene zuzuordnen ist. Hierbei soll die Non-Dualität durch die völlige Hingabe an Gott erreicht werden. Damit ist nicht gemeint, völlig passiv im Handeln zu werden, sondern das eigene Handeln nach dem auszurichten, was Gott für die jeweilige Person im Leben bereitstellt, also die absolute Annahme des eigenen Schicksals. Dies soll dann ebenso zu einer inneren Gelassenheit und härtelosen Stärke führen, die es den Anhängern dieser Philosophie ermöglicht, ein gottgefälliges und gleichzeitig wunschloses Leben zu führen, gemäß dem Motto, dein Wille geschehen. In dieser neuen Strömung scheint aber eine tatsächlich mystische Erfahrung keine Rolle zu spielen, sondern die Demonstration von gottgefälliger Askese, die zur Einheit der Auslöschung der Dualität zwischen dem Willen Gottes und dem Willen des einzelnen Menschen führen soll. Praktizierende dieser Schule berufen sich in der Regel auf einen konservativen Lebensstil und das Erhalten der religiösen Regeln ihrer Tradition, auch wenn es unter ihnen wie immer keine einheitliche Klarheit über die Auslegung der Schriften gibt. Was den ethischen Aspekt der Non-Dualität angeht, wird oft von Vertreterinnen behauptet, eine non-duale Grundhaltung würde zu mehr Mitgefühl mit der Welt führen oder gar den Planeten heilen. Dies halte ich aus folgenden Gründen für extrem unwahrscheinlich. 1. Erst individuelles Bewusstsein macht ein Wesen leidensfähig und somit auch fähig, über das Leid anderer zu reflektieren. Ist eigenes Leid nicht möglich aufgrund fehlender Leidfähigkeit, kann nicht angemessen auf fremdes Leid reagiert werden, weil dieses nicht verstanden werden kann. 2. Ist Gott-Brahman in allen Dingen und allmächtig, lässt trotz seiner Allmacht dieses Leid zu, ist er ein Arschloch. Und warum foltert er sich selbst, leidet er unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, macht also keinen Sinn, dann hätten wir einen verehrungsunwürdigen Gott, den wir getrost ignorieren sollten. 3. Wer glaubt Gott zu sein oder eins mit dem Universum, wie viele angebliche Erleuchtete, hat natürlich kein Mitleid mehr mit den anderen Wesen, weil er ja das einzige empfindungsfähige Wesen ist, alle anderen sind nervige NPCs oder Agenten des Satans, die er ja dann an sich auch sein müsste, wenn er alles ist. Ziemlich paradox und abgedreht, macht keinen Sinn. 4. Wenn alles nur eine Illusion ist und es eine wahre Realität hinter dieser angeblichen Illusion gibt, ist egal, was wir hier tun, alles ist ja nur Illusion. Zudem ist es extrem sadistisch, das eigene Leid als Illusion zu sehen, wie will man da erst recht das anderer Wesen überhaupt noch ernst nehmen. 5. In der Bhagavad-Gita behauptet Krishna gegenüber Arjuna in Kapitel 2, Vers 19, dass Töten an sich egal sei, da ja eh alles Gott, also Krishna sei und nur der Unwissende dies so betrachten würde, als gäbe es einen Täter und einen Opfer bzw. einen Tötenden und einen, der getötet wird. Von dieser Form der Ethik war auch Heinrich Himmler begeistert, so wie diverse andere Sektenführer und Rechtsesoteriker der Neuzeit. Damit kann man an sich jedes Verhalten gegenüber Lebewesen als Gott gewollt rechtfertigen, mag es noch so grausam erscheinen. Im Großen und Ganzen ist diese ganze Non-Dualitätsreligion eine weitere Sau, die durchs Dorf getrieben wird und mit der sich fette Kohle verdienen lässt. Die wenigen tatsächlichen non-dualen Erfahrungen, die gemacht werden können, sind wesentlich unspektakulärer als in den Werbeprospekten behauptet und an sich ein alter Hut. Stoizismus und Amorphati kommen auch gut ohne mystisches Gedöns aus und umgekehrt sind mystische Erfahrungen an sich per se kein direkter Weg zu den genannten fatalistischen Philosophien, ob man diese nun gut findet oder nicht. Trotzdem ist das Internet heute voll von Non-Dualitäts- und Satsang-Coaches, die mit diesem fragwürdigen Konzept ihr Brot verdienen. Hiermit beende ich meinen Vortrag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!